Herzlich Willkommen Leute zu einem kleinen Event-Video in Fortnite Battle Royale. Das Marshmallow-Konzert war gestern und wir standen mitten in der Crowd und haben das Ganze für euch aufgenommen. Kundran, nein, das ist gelogen, Kapuzemar und ich waren dabei. Der Kundran hat es leider verpasst. Und ja, wir haben das Ganze aus unserer Sicht halt aufgenommen mit einer Live-Reaction natürlich. Ich habe es aber für euch extra nochmal aufgenommen im Replay-Modus. Clean die Bühne und die ganze Show und alles, was dazugehört zum Genießen. Ich packe euch im Optimalfall unten in die Kommentare zwei Zeitstempel rein. Einmal zur Live-Reaction-Runde und einmal zum Start des Replay-Modus. Und solltet ihr es vergessen, werde ich den ersten Kommentar anpinnen, der die beiden Zeitstempel reingepackt hat. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wer es verpasst hat, der kann es jetzt halt wie gesagt nochmal sehen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Eines der besten Live-Events überhaupt. War sehr, sehr cool. Ich würde mich selber einen Support freuen. Lass gerne einen Like da. Und jetzt genießt die Show. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt genießt die Show. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 ... ... ... ... ... ... ... So I'll go, I'll go, I will go, go, go So I'll go, I'll go, I will go, go, go Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier Even though I might not like this I think that you'll be happier I want you to be happier Than only for a minute I want to change my mind Cause this just don't feel right to me I won't erase your spirit I want to see you smile No, that means I'll have to leave No, that means I'll have to leave Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier So I'll go, I'll go I will go, go, go Herzlich willkommen zu einem kleinen Event Video in Fortnite Fortnite hat wieder mal ein neues Live-Event am Start Und ihr seht da hinten schon die Disco-Lichter plus ein Timer, der abläuft Heute mit in der Lobby sind Mario und Kapunze Guten Tag Hallo, Schwuckabunke Und Marshmallow war der da vor uns und sei denn ein Konzert In einer Minute 50 steigt die Party Und wir gucken mal, ob wir eine coole Lobby haben Ich habe einen Ladewagen Wir haben den schlechten Bus schon mal Das wollte ich gerade sagen Sollen wir, wo landen wir? Ja, wir landen natürlich bei Pleasant Ich werde einfach landen und hoffen, dass keiner schießt Und wenn einer schießt, ist es egal Weil ich spawn ja eh neu Mensch, muss ja nämlich enden Weil das Ding ist, ich würde einfach sagen Okay, ja, wir sollten bei Pleasant landen Also ich würde den Start auf jeden Fall mitgeben Der wird auch das Geilste sein Genau, deswegen Ich lande vielleicht vorne bei dem Da, Stoic, da ist schon was Da gehen die Knaller hoch Oh lol, Feuerwerk Der Mellow Live-Event, Marshmallow-Spiel Der Mellow, wir müssen dance los Wir haben den Mic-Check verpasst Da ist der Mic-Check, ja So, gut, los, der Mellow Ich spiele den Marshmallow, das glaubst du auch gerade live Das wäre super lustig Während alle hinfahren, wenn sie abballern Oh, was war das? Oh, der Gleiter geht richtig ab Wir können nicht mehr kämpfen Ja, du kannst nicht mehr kämpfen Ich kann keine Waffe auswählen Los! Ja, ich kann doch nicht wechseln Okay, warte Auf zur Stage! Oh, wie nice! Ich kann doch Gleitern Ein Glück Der Marshmallow spielt für uns Das hier richtig nice Da, wo bist du? Ich steh mitten in der Crowd Ich bin auch in der Crowd Alle haben den Hammer Alle haben den Marshmallow Hammer Alle haben den Marshmallow Hammer Alle haben den Marshmallow Hammer Mittig auf der Bühne Vor der Bühne Mittig davor Aber Aber ich Darum Ah ja, ich seh dich Hallo Ich mach die Glows Dings für alle Ja, aber die Glows Dings sind gut Dadurch bin ich der größte Fan Hier Wie lange noch? Damit ich mich gleich rechtzeitig umgehe Zehn Sekunden! Zehn Sekunden! Mach den Marshmallow Dance Mellow Stimmung Die Mellow Stimmung Das ist doch Und der kommt Der Mellow Ich hab so viel für Sticket bezahlt Oh, da hat er es Oh, da kommt er Oh, da hat er Die Techno-Mugge Die werden mein Nachbarn Marshmallow Marshmallow Da ist er Boah Das ist der Echte Wo? Echt Echt Yo, die Wim Yey Ich bin ready Ich bin ready Oh, da oben platzt die Pfanne mit den Bärchen Alter, guck mal hier die Holos Gehen wir mal wieder nach hinten Besseren Blick Was? Die Holo-Bären Oh, 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 oh Achso Oh, oh Mach den Mellow Das ist ja cool Das ist schon nice Du mag wieder mal Geh auf die Bühne Dardo, komm mal Geh auf die Bühne Okay, geh mal auf die Bühne Richtig Achso, auf die Mini-State Ich mach Klo-Sticks Okay, go, go Yey Ich will die cool Tanz Yey Oh, oh Was kommt mit? I'm so alone Oh nein Nothing feels like home I'm so alone 2 plus 2 ist 4 Scheiße, gerade Da hat er gerade einer gemacht auf uns Ja, da hat er mit dem Schuhen Ja, da hat er mit dem Schuhen Oh, schau die Sparking da Und wie wir uns gerade abgeht Oh, oh Das ist super lustig Alter, kriegt ihr mal die Lichter überhaupt an Dann dreht die mal um Ja Also überall hin und guckt in den Himmel Ja, 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 ja Überall Sparking Oh, jetzt geht das Oh, oh 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 Yeah Der Bühne Der Bühne Alter, das ist schon nice gemacht Der Bühne Was für ein Geil wäre Wenn der dann zu Musik nicht gemacht Obwohl er immer von allen Fortnite in den Schuhen reingeschnitten wird Du siehst für dich selbst Oh, wie geil, Mann Das ist ja uhrgeil Yeah, boy Oh, ist wieder normal, okay Okay, wieder Dancer Oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich bin bereit, wenn wir was Neues Die Homme rechts, links, siehst du's? Der Marshmallow Ja, ja, ja We're ready Okay Give me was Neues Das ist super, ich seh grad Das ist der Beat broken Hallo Hold it Oh, oh Let's go Let's go Let's go Yeah, yeah Und? Oh Oh Nice Die Emotes Oh, guck mal hier Die Emotes von den Holos Oh, yeah, boy Oh, yeah, boy Cool Oh Ich hab nur schon mit dem Tag zu starten Oh, die gehen hier auf die Stage Oh, ja, ich seh grad Das ist ein cooles Event Alter Das ist wie cool das ist Das ist super gut Mitgemacht Echt witzig, ja Es ist halt ein super nettes Event Oh Oh, wir schweben Bis jetzt Wir sind richtig fly Oh, ich bin so fly Ich bin so fly Oh, die müssen alle chumpen boys Das ist ja cool Das ist ja super nice Oh, wir fliegen! Oh, wir fliegen! Nein, ich hätte den Gleiter nicht aufmachen dürfen. Ja, ich habe auch gerade den Gleiter aufmachen. Oh mein Gott! Der gleiche große Marshmallow! Siehst du den Tanster? Oh! Der große Marshmallow! Das ist ja cool! Yeah, the party is real! Das ist ja echt nice. Auch cool, dass keiner schießen kann. Das ist ja echt cool. Ich habe schon das Replay. Das ist halt echt. Dafür muss man vorne natürlich Props geben. Das ist ein Gratis-Event, was einmalig ist. Finde ich halt super nice. Oh, wie cool. Ich fände es ja cool, wenn es später ein Musikvideo gibt, wo er ab und zu einfach aus dem ganzen Server die Party da reinschneidet. Oh, das sollte es geben auf dem Playground. Das wäre doch nice. Das ist immer coole Musik im Hintergrund. Oh, was haben wir jetzt? Wir können, okay, okay, okay. Was, was, was? Wir machen wieder Mellow-Stimmung. Ich auch, ich tasche die hinten ab, ey. Aber gar nicht so viele im Marshmallow-Kussfilm. Ja, ich habe auch gedacht, es sind mehr. Was ich ja lustig finde, ist, die, die vorne am Konzert stehen, legen bei mir. Oh, der Echte macht den Depp! Ich will gut an! Innen für den Depp! Oh ja, da kommt sie! Die Depp sind dann! Oh! 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 Was jetzt? Oh, was ist das? Oh! 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 Oh, guck mal! Ganz hinten! Hinter der Bühne oben! Riesige Roboter! Oh! 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 Was ist das für ein Lied? Ich kenne halt keines von ihm! Ich bin der größte Fan! Dancen, dancen! Wir müssen weiter dancen, darum bezeichnen die Glow Sticks! Glow Sticks! Okay, tag dich Sticks! Hab' ich! Oh, jetzt tanzen alle den selben Tanz! Es hat automatisch geändert bei mir! Echt? Ja, wir tanzen alle gleichzeitig! Ja, 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 lol. Bei mir hat er aufgehört tatsächlich stark jetzt. Kannst du laufen? Ja, laufen kann ich, aber er tanzt dabei weiter. Jetzt hat er aufgehört bei mir. Warte, ach so. Aber das war geil. So cool. Oh, voll den dort. Der ist echt nice. Ich hab's ja lol. Weißt du, so sind die Konzerne in der Zukunft. Ja. Ja. Gut, du musst nur denken, die Cyberpop-Dinger... Ja, das ist schon so. Eher als vom Computer und... Ach so, nee, nee. Es tanzt auf der Bühne virtuelle Figuren. Da oben auf dem Fortnite-Logo ist einer drauf. Hobby ist ein Marshmallow. Ja, wir hätten uns jetzt ein Marshmallow von... Nee, ich bin schon auffällig hier. Ich bin alleine, glaub ich. Ich auch. Der einzige Lama-Typ. Ich hab auch einen Disco-Skinner, aber... Oh, Dalo, der... Oh, was passiert jetzt? Ich spür's doch. Ich bin bereit. Der Beat und... Oh, schau mal oben. In der Mitte oben. Wie ist das? Das ist ein Marshmallow-Gesicht. Wie ist das? Oh, wie geil. Von Weitem wie das geil aussehen ist. Wir sind halt mittendrin. Dann hast du den Reb-Lebens dann. So süß. Oh, ich find Fortnite echt gut. Wegen sowas. Wegen sowas nur Fortnite echt gern haben. Oh, oh, oh. Ich bin auf den richtigen Knall am Ende gespannt. Ab, ab, ab. Gib mir ein richtig geiles Finish. Was kommt jetzt? Was jetzt? Jetzt er droppt. Ich merke doch unten. Ohhhh. I fly. Diesmal Licht-Leertaste drücken. Ich will so fliegen. Nix, gar nix. Oh, ich kann nach oben fliegen auch. Ohhhh. Stimmt, man kann nach oben fliegen, ja. Ja, ja. Ohhhh. Ohhhh. Das ist so cool. Das ist so nice. Holy. Ohhhh. Das war schon. Nein, vielleicht. Zugabe. Nächstes Lied einfach nur. I want you to be happier. I want you to be happier. I want you to be happier. Geuerzeugen aus. Geuerzeugen aus. Oder die Glocke. Die Glocke. Ich hätte sie gerne. Mach den Kleiner auf, der hat den besseren Effekt noch. Den leuchtenden. Achso, ja. Stimmt, das ist unser Feuerzeug. Aber so kann ich gar nicht fliegen. Ich mach wieder Mellow-Stimmung. Unten in der Mitte jetzt. Da, wo die alle stehen. Okay, okay. In der Mitte. Ja, bist du in der Mitte oder was? Ja, genau in der Mitte vor der Bühne. Achso. Da steht noch einer mit dem Geburtstagskuh. Ah, ich seh den. Ich seh den. Ich seh den. Okay. Yeah. Ja. Ja, dann machen noch welche mit vorne. Yeah, Mellow. Oh, ich geh jetzt los. Oh, yeah. Es kommt immer mehr. Das Event hört nie auf. Oh, yeah. Oh. Wuhu. 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 Oh, es ist weg. Was ist jetzt? Mellow-Stimmung. 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 Ich will aber die richtige. Mellow-Stimmung. Dann wird angesprochen, genau. Komm, Weih citrolass. ucksack. Du bist hier da. Musik. Das Klatschen ist bei mir perfekt. Ich hab den perfekten Clap, also passt. Ich brauch den perfekten Clap. Die Kunde ist zu schnell. Oh, Bälle! Neue Bälle! Lady Ball. Ich dachte, das ist von Marshmallow. Ah, das ist der Basti. Der Basti. Oh, schau, wie viel langsam teilen. Ein Traum, rechts oben. Zugabe! Zugabe! Mach noch was! Komm, großes Finale, das war nicht die Welle! Das ist der Wink! Nein! Zugabe! Drei, zwei, eins! Oh, was ist jetzt? Die Waffen sind wieder der Deathmatch! Jawoll! Jetzt wird geballert! Überall Feuerwerk! Ja! Das ist so cool! Wir müssen jetzt gewinnen, oder? Ja, wir spielen nur noch 28 gegen 28! Ah ja, gut! Wir haben ja alle Kämpfungen! Ey, das Kunde ist so cool! Das war wirklich nice! Oh, man sieht's vorbei! Oh, sehr, sehr geil! Man muss, man muss verordnet, für das... Nein! Der hat einen Shotgun! Ich... Ich... Ne... Spätestens... First Blood! Hat er gesungen, ja? Ne... Was heißt das? Oh, ich hab... Ich hab ne Diegel mit sieben Schutz! Ich bin ein Killer! Oh! Komm, wir machen die jetzt nass! Jetzt wird die Deathmatch! Ja, egal! Es ist... Du respawnst! Ja, ich respawn! Ja, ja, wir müssen vielleicht noch mal kurz weglanden, um noch ne Waffe zu holen! Okay, komm dann! Ich hab keine Muni! Ich hab keine Muni! Oh, Raketen! Ich hab ganz viel... Ich hab... Die Redeployer Begleiter Stacken in dem Modus! Ich hab... Ich hab 43! Und ja, da bitte! 48! Nein, da ist ein Gegner! Scheiße, ich brauch Muni! Ja, ich hab auch keine Muni! Ich brauch eine Gun! Ich hab nur keine Abwehrfahrung! Ich hab nur keine Abwehrfahrung! Damit ich hier die Kids fertig machen kann! Hehehehe! Die Kids! Die Junge Kids! Die Junge Kids! Ah, war sehr geiles Event! Wirklich nice! Ja, ja, voll! Super, super! Besser, als ich erwartet hatte! Weil ich ja nicht so viele... Ja, ja! Erwartungen an das Event an sich hatte! Ja, ja! Haha! Garde! Ich hab keine Waffe! Ja, ja! Ich seh da hinten aber noch was! Außerhalb der Zone noch schnell! Marco! Marshmallow! Ich bin... Ich seh Waffen! Ich seh Waffen! Aber 14! Ich hab ne Schrot! Tu das n'n note! Oh, okay! Okay! Oh, ja, ja, ja! Ja, ja! Haben einen, haben einen! Gesnackt! Ja, gesnackt! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Ja, weitermachen! Weiter! Wir liegen hinten! Team! Team! Ich komm zu dir zum Team! Ich hab keine Eier! Ich hab nur Karnatwerfer, Dalu! Ist nicht besser! Oh! Ich brauch da hinten das Mediki! Dann geh ich mich nochmal hoch ein! Nein! Du willst auch n' Faster nehmen! Und! Schuck, schuck! So! Und! Wie leidet gerade jemand? Aber ich... Schade, dass jetzt keine Musik mehr spielt! Äh... Racane? Ja, hier! Danke! Team! Komm ran! Wir sind 19 gegen 27! Also, weil alle unsere nicht-Party-People gegangen sind! Ja, wir müssen jetzt hier die Stimmung machen! In Unterzahl! Feuerwerk! Der Kapuze! Der Kapuze! Du bist weit weg von uns! Ich bin aber am Weg zu dir! Wer landet hier? Hinter uns gegen... Maru! Pick jetzt so auf die Schnauze! Äh... Ne... 38 zu 47! Egal! Je weniger Leute wir haben, desto weniger können wir sterben! Ja? Ja, das ist schon richtig! Das sind die Raketen übrig! Hinter uns, Maru! Nein! Dalu! Überleben! Das Marshmallow-Konzert! Das... Geht nicht, dass wir das verlieren! Das ist quasi... Weißt du? Ja... Was du meinst? Was ist das funktioniert? Ich spreche es nicht! Ah! Es landen immer noch Airdrops! So kann man noch an Stuff kommen! Ja, ich kann halt nur ne Deagle und ne... Ne, ja! Ne, Deagle ist aber nicht schlecht! Die ist gut? Ja, ich hab... Ich hab'n Granatwerfer! Ja gut, das ist so ordentlich schlecht! Suck! Jetzt bin ich hier der Killer! Dalu, ich seh' dich! Ich seh' dich! Zack! Weißt du? Drei Leute gesnackt! Richtig! Du, einfach rein! Wieso hat der noch Schild? Nein! Der hat ein Schild! Oh nein! Da haben eure Raketen gehört! Ja, komm! Dann musst du ja kämpfen! Ja, ich bin drin! Nein, hör' ich nicht! Ich hör' Ausreden! Nein! Drei Minuten noch! Wir liegen hier hinten! Ja, wir liegen hier hinten! Deswegen müssen wir jetzt noch besser kämpfen! Als je zuvor! Als je zuvor! Für Marshmallow! Für Marshmallow! Ich hab' ja Raketen für mich! Ich hab' keine Raketen! Oh nein! Jetzt hab' ich keine Shot! Ich hab' nur noch Shotgun jetzt! Meine Uts ist leer! Er liebt noch! Ich hab' Oh! Das wird hart! Das ist echt hart! Ich krieg' am Anfang schon Schaden, weil ich außerhalb der Zone spawnen! Er wird nicht stolz sein! Aber wenn er mich fragt, wie war's, werde ich sagen, gut, aber wir verloren! Das kann ich nicht! Dann krieg' du kein Ticket für die nächste Show! Nein, ich krieg' kein Ticket beim nächsten Mal! Also wenn du zu mir kommst! Ich hab' mit dem sind so einen gespart! Ja, der war schon umsonst das hier! Der war ja wirklich schon billig! Aber hier, guck' mal! Sniper with Orb hat Spieler 285 gekillt! Ich hab' auch einen gekillt! Seh' ich! Seh' ich! Ich bin auch dabei! Ja! Jetzt hab' ich... Ich hab' nur noch ne Schoddi, aber... Dalo, drei! Hier landest, ich hab' einen Mini für dich! Nee, ich kann nicht! Ich bin... Du bist außerhalb der City! Da kämpft ja nicht mal wer! Hier landen überall Leute die ganze Zeit! Maru, ich bin jetzt gleich bei dir! Da ist ein Dude mit... Silence Biss! Boom! Boah! Ich hab' aber drei gekillt! Ich bin drin! Ich bin drin, Dalo! Komm! Das geht! Das schaffen wir! Okay, wir sind auch gar nicht mehr so weit hinten! Eben, 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 eben! Warte, dann! Ich hab' auch noch mehr für dich! Glaub' man den Marshmallow! Das hat er immer schon gesagt! Ich hab' mir das... Ich hab' mir das... Ich hab' mir den Marshmallow! Ich wollte die Tränke zuwerfen! Hier landen wir mal genau bei dir! Jawoll! Snack ihn weg! Weiter, weiter! Weiter, weiter! In der Mitte bei der Bühne sind ein paar... Oh, die... Wenn ihr Granat für mich habt, gerne her! An der Bühne! Noch mehr an der Bühne! Ich mach' auf die... Das fand's nur acht Schaden, das ist nicht gut! Und... Na, er wär' hier Gold wert! Ja, ich hab' das ist... Da sag's was! Eine Schroße ist der Vogelstück! Einer down! Hier landet noch einer! Zack! Ultralow! Noch einer down! Komm, einer, weiter, weiter! Nein, die Granaten! Nein, nicht die Granaten! Nein, Samuel, du Penner! Na doch! Mal, äh... Kamuze über dir! Oh, mehr, oh, mehr! Oh, mehr! Mehr, mehr schießt noch mich! Ich riftel weg! Ich hab' geriftet, boy! Mal, wer meiner Granate ist! Und ich hab' noch sechs hinten! Ja! Und ich krieg' keinen Schaden, ich krieg' nicht viel Schaden aus der Schade jetzt bisher! ich kämpfe um mein leben hier 16 kills für schmello mello ich kämpfe und kämpfe ja ich hab immer assist hier down noch einer down weiter der spielte die bühne an den hab ich gekillt ja der hat einfach auf die bühne gesprayt also das ist wirklich frech wer macht das sauber nein die zeit geht es nicht raus das ist die letzte jetzt das match kann auf jeden fall enden zeitlich ja das ist jetzt die letzte zone danach ist die zone weg achso ich geh in die zone weißt du gönne ich mir noch einige die haben ARs da oben leider droppt man die Waffen nicht die haben ARs dem Schrotflinken ich hab ne scoped AR aber ich treff halt nix ok aber leider wenn du bei mir leines kriegst du meine Scope da her wir können tauschen der Scope da her ist nicht so geil der normale Maru rein mit dem Raketen wir brauchen die Unterstützung ich hab ganz oben noch einen gesnackt das ist wie als ich mit dem Dota im Schützkram klingen bin genau so ist es einer hat sich hier selber gesprengt also wenn du boah Schild haben die Leute auch noch hier das ist ja frech aber wir führen da Arno wir führen ja weil wir Crosser sind weil wir die richtigen Fans ja er sprengt sie einfach selbst absichtlich aber bringt ihm halt gar nix ja wir sind vorne und ich komm wieder keine frage ich hab mitn Deagle Headshot kassiert ey aua die haben alle nix mehr die hängen schon am seidenen Faden zack wer hat sie gesnackt boah haut auf Muni meinst du der alte Typ mit dem Raketenwerfer ist hart haha wc auch hätte ich ne Eier hätte ich hier ne 50er machen können ey ok komm der Eikils komm gib mir mehr gib mir mehr nein das war ein Gegner oh oh wir sind oh das wird ein hartes Ding das wird knapp oh ich hab auch noch wir sind knapp für Marshmallow gib gib ihm mach die Party dicht da los den Marshmallow ich hab auch Granates ich hab mich angerufen und fang um wie sie spielen oh man ey ich brauch Granaten da da sind sie da sind die Gegner oh nein da wurde einer hingerichtet das ist ne ganze Gang jetzt die unterwegs ist in der Mitte auf der Bühne ist ne ganz ganze Gruppe von Kriminellen oh mehr 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 oh ich hab keine Mühe mehr oh ich hab keine Mühe mehr Lately ich hab dich in gemeint hat er gesagt oh der wird ein blöder Rakete ich bin ich bin ach du ich Idiot renne immer auf die Stage und dachte ich hab keine Baumanns aber da kannst du einfach nicht bauen aber da nur der Marshmallow ist in dir komm scheiße wir liegen fast nur noch 3 kills vorne ich geh geh komm ich hab 30 kills ich hab 12 ich hab 20 weiter ja weiter das reicht nicht wir brauchen alle 50 okay ja das krieg ich nicht hin und dafür hab ich nicht die Waffe zack zack weißt du chainkiller ne ich hab leider nur eine Scropt AR der gehört zu uns kein Ding Scropt AR lande aufm Wehr bin ich ja bin ich auf der Stage okay 3 kills in der Mitte hab einen ja das war er vielleicht sogar noch einen ja ich bin ein Killer ja jetzt sind 3 Leute bei mir einen hab ich noch mitgenommen kein Problem oder Maru hat ihn geholt glaub ich ja oh Gott ey es reicht von den Killzern es ist halt super knapp ich hab noch einen ok go 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 get it komm ja ich hab leider keine Scroptinte wenn jemand neben mir lande ist nachdem ich die Killzern habe kann ich nichts machen ach klar der gute Trade der gute Trade kommt mehr mehr Raketen alle können Raketen aufnehmen nein 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 wir sind hinten weil ich einen schlechten Run hatte das war kein gutes Leben weiter oh Gott ich muss einen guten Spot finden zum landen ja ich hab auch noch einen hab noch einen scheiße der hat alles an Waffen oh der hat eine AR und eine P90 weiter weiter nicht aufgeben ich muss noch mal gut landen wo sind die Bobs die am Rand ja am Rand sind die Bobs oder was ja manchmal sitzen die da am Rand und viel scheiße hier ja mit einer AR mit einer UTS hab ich keine oh Alter da ist ein Marshmallow und Dixies Marshmallow und Dixies ist low den hab ich boah ich treff den nicht leck zu sehr oh zwei Kills nein nein Dalu Dalu komm ich will jetzt was sehen Jungs ich will jetzt was sehen fünf Kills ich muss landen das wird nichts mehr glaub ich ich glaub ich werd keinen Run mehr haben Dalu da war ich auch bei aber war ein geiles das war ein geiles Event wir waren ja auch neu gegen 29 15 35 wir haben fürs Team gekämpft ja aber ein sehr sehr geiles Event das Marshmallow Event war super nice dafür muss man wirklich fordern immer wieder loben dass sie halt sowas machen und es ist frei es ist gratis ja das ist halt schon geil wenn ihr das Video gut fandet dann das gerne liked euch aber auch vorbei wenn ihr Marshmallow Fan seid bis dann macht's gut Ciao Peace